Anstatt Seraphe-Gebühren zu zahlen, sollte Ueli Maurer als ehemaliger Bundesrat eine Entschädigung erhalten, da er die SRF-Tagesschau kaum ertragen kann, da die Themen so gefährlich für die Demokratie sind. Altbundesrat Ueli Maurer fährt dem Schweizer Fernsehen SRF heftig an den Karren. In einem Interview mit der Weltwoche bezeichnet er den Sender als demokratiegefährdend und wirft ihm eine einseitige Berichterstattung vor. Maurer bemängelt insbesondere die Themenauswahl, ich verlange eigentlich bald Schmerzensgeld, wenn ich schauen muss. Also bezahlen würde ich gar nichts. Die Kritik des 72-Jährigen richtete sich somit auch gegen die Seraphe-Gebühr, gegen die seine SVP die sogenannte Halbierungsinitiative lanciert hat. Für Maurer geht die Einseitigkeit der SRG sogar über demokratiegefährdend hinaus, wenn etwas demokratiegefährlich ist, dann sind es unsere staatlichen Medien. Maurer, der sonst stolz von sich sagt, eigentlich keine Medien zu konsumieren, outet sich als treuer SRF-Zuschauer, in jeder Tagesschau kommt noch irgendein Spruch über das Klima, über das Wetter, über irgendetwas. Themen, die dem ehemaligen Finanz- und Verteidigungsminister sauer aufstoßen, eigentlich müsste man das fast verbieten. Eine im September veröffentlichte Studie des Forschungszentrums Öffentlichkeit und Gesellschaft untersuchte die Ausgewogenheit der Berichterstattung großer Schweizer Medien vor Volksabstimmungen. Dazu wurden die Artikel und Beiträge im Rahmen von 44 Volksabstimmungen der letzten fünf Jahre ausgewertet. Dabei zeigt sich, wirklich links- oder rechtslastig berichten nur die wenigsten Medien. Wenig überraschend gehören die Wochenzeitung WOZ und die Weltwoche zu diesen Ausreißern. Die Mehrheit der zwei Dutzend im Links-Rechts-Schema eingeteilten Medien drängeln sich um den Nullpunkt herum. Dies gilt insbesondere für SRF und den Schwestersender RTS aus der Romandie. Dass diese nicht die Meinung von Ueli Maurer wiedergeben, ist evident. Wenn Maurer in etwa gleich tickt wie die Weltwoche, so sind die Staatssender definitiv viel linker positioniert als er.